Daibu noch da? Willkommen im Jahre 2016! Auch dort gehen die Mikrofone aus! Und ich wollte es noch laden! Aber ich habe es vergessen! Ja, guck mal! Darum hängt meins an dem Kabel! Ja, meins jetzt auch! Ja, mein Kabel ist drei Meter lang! Es ist mir scheißegal, ob da eins dranhängt oder nicht! Dafür bekommst du jetzt mal schön was zu... Alter! Guck mal! Er hat sich ja hinten an dem Van einen Hexpoiler! Biber, flüssig! Hallo! Alter, guck mal, hier ist ein Gimp! Oh! Yeah! Darauf steht! Kann ich auch noch nicht hinwerfen? Ja, so kann ich ihn werfen! Ja! Ja, das war meiner! Ja, guck mal! Ich habe jetzt den unsichtbaren! Wie, was für unsichtbar? Eine unsichtbare Geisel! Hä? Ja! Das ist ja ganz normal! Bei mir läufe ich hier mit einer Geisel rum! Okay! Aber die Geisel ist nicht sichtbar! Ich habe nur die Bewegungen gemacht! Also geil! Bei mir ist die Bewegung nicht! Ja! Jetzt hatte ich sie los! Wollen wir nicht mal irgendwie einen Auftrag starten? Ja! Ich wollte es auch gerade sagen! Außer dann ist das Leben auch nicht so toll! Ich habe ja mal ein Auto geklaut! Ja! Äh, willst du sogar gerade einstarten? Ich habe ja ein bisschen Action! Achso! Äh, ich sehe, du hast dein Heli! Aber erstmal hole ich mir Bar... Krass, oder? Okay! Erstmal hole ich mir Bargeld! Ups, das ist Musik! Da ist Bargeld! Ja, Bargeld! Ja! Ja! Die oberste Mission! Die anderen, die Mod-Missions und so... Also machen wir ja dann... Ne, ne! Von den anderen, die den Freunden, die wir jetzt noch neu bekommen haben... Die haben alle Missionen! Okay! Wir haben gerade richtig viele Missionen zur Auswahl! Okay! Wo müssen wir denn hin? Zu CMOS! Weiß ich, dass es gerade richtig gestartet hat! Also ich habe... Meine ich das... Äh... Angenommen! Aber ich habe nichts, wo ich hin muss! Ich auch nicht! Ich muss jetzt mal weg! Sicher, dass das wirklich... Wir sollten vielleicht... Ja, aber wir sollten beide vielleicht mal in irgendeinen Laden, der uns gehört! Ha! Wie finde ich den denn? Was soll ich denn das wissen? Äh... Wir haben doch hier irgendwo einen Kater, ne? Ja! Welcher gehört uns denn? Ja... Die, die man nicht mehr kaufen kann! Das ist ja schön! Die ohne dem... Äh... das Dollarzeichen da... ...nehmen! Die ohne das Dollarzeichen? Ich habe hier kein ohne das Dollarzeichen! Ich habe überhaupt... Weißt du was? Ich glaube... Ach, da ist unser Hauptquartier! Du bist gerade am verrecken! Ja, ich weiß! Ja! Wir haben auch überhaupt gar nichts da, wo wir gerade sind! Also jedenfalls, wo ich gerade bin! Ich glaube, ich bin gleich meine Sterne los! Ne, bist du nicht! Sicher? Wir müssen zeitgleich sterben! Ernsthaft? Ja, das ist hier ein bisschen merkwürdig! Dann sterb mal! Ich soll sterben? Versuch's! Weil... Ach, warte mal! Ich bin jetzt tot! Aber wenn ich jetzt spawnen und die... ...Sterne wieder habe... Ne, ich habe einen! Ja, ich auch! Weil ich schon die ganze Zeit rumgefahren bin! Was war das denn? Und bin tot! Also... ... brauchen wir wieder zu... Ich versuche jetzt mal zu unserem Domizid zu kommen! Ja! Mach das! Das ist wahrscheinlich ein bisschen weiter weg! Vielleicht können wir dann auch mal ordentlich einen Auftrag schaffen! Ja! Ja! Was war das? Der Rote Stern, das einfach nur Banden links, ne? Ja, das ist halt wie man von den Banden besucht wird! Ja! Man kann ja hier von mehreren Fraktionen besucht werden! Oh, er ist weg! Huh! Ich glaube, man verliert auch nicht wirklich was von einem Stiff, oder? Ich glaube nicht! Bist du wieder da? Aber man muss einen kleinen Teil seines Bargelds abgeben! Ach! Das ist ja nicht so tragisch! Oh! Nuttenverkehr! Ja! Alter! Wir haben ja wirklich ganz schön viel! Alter! Ich habe den perfekten Wagen gefunden! Den musste ich mir erst mal mitnehmen! Und irgendwie tune! Also das hat ihr gehört! Ja! Gut! Dann fahre ich mal in Richtung... Warte mal! Nuttenverkehr... Wo könnte das denn... Ich weiß gar nicht mehr, wo... Wo wir da überhaupt hin mussten! Ähm... Ich warte hier einfach mal auf der Brücke gerade! Mach das! Dass du deinen Wagen da gespeichert kriegst! Weil ich weiß... Ja, der Wagen... Das Gute ist hier so ein Rimjobs ist auch direkt nebenan! Also... Warte, der ist auch hier zum Verkauf! Den kaufe ich dann mal schnell! Das kostet das weniger! Und... Rein da! Leistung! Ja klar! Alles hoch! Cool Tune bringt Respekt! Selbstverständlich! Weiß doch jeder! Die Riser genießen den größten Respekt! Die Riser genießen den größten Respekt! Ja, das ist so! Ja, das ist so! Mach ich vielleicht eine Kartenmarkierung mal wieder weg! So! Ähm... An... Ansaugtrichter oder nicht? Was? Ach... Wer braucht schon Luft? Dann nicht! Oh! Das hat was! Aufkleber! Ui! 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 Von Sean, die haben wir einen Auftrag Trojanische Nutten! Was soll das denn sein? Du denkst, du kommst in sie und dann kommen sie in dir? Ne, dann ist er noch im Wandel! Ui! 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 I'm gonna start a Strucker of the Month Club! Let's hang out when I get off work! Man, man, man! Ich hätte jetzt gerne Nuttenverkehr! Ja, ja, man! Leben ist kein Ponyhof! Bei Zimos schon! Ich glaub, das hört der nicht so gerne! Ach, der hat doch Spaß dran! Die alte Pups-Kanone! Okay, gleich haben wir's! Also, irgendwer schnarcht hier neben mir! Also, da liegt ein Penner! Ja, Ackermau! Ja, ja! Der große Tuner! Unterbodensicht! Unterbodensicht! Äh... Was? Gibt's hier nicht die... Ah, das soll's sein! Naja! Wirst du mal fertig! Äh... Ja, das passt so! Gute, den starte ich! Nein, noch nicht! Doch! Ich muss noch eine kurze Sache machen, wegen der... Dings, glaub ich, irgendwas... Ist langweilig! Schrecklich langweilig! Ja, das sieht besser aus! Ja! Und Spielfortsatz! Übernehmen! Oh yeah! Los geht's! So, jetzt haben wir auch was! Ich bin auch immer wieder entfernt! Also, ich hab da jetzt die Leistung von dem Waden voll hochgepumpt und irgendwie zieht der immer noch nicht richtig! Aber er sieht geil aus! Oh man! Ich hab dir gerade noch die Reifen zerstaubt! Der sagt irgendwie alles in so einem coolen Biet! Ja! Ja, wir haben jetzt irgendwie währenddessen... Besuch! Wir haben etwas Besuch! Ja, ich wollte das hier... Ich hab das ja auch schon mal ausprobiert, ob ich das live bekriege mit so einem Biet! Äh... Aber... Mit dem Autotune-Effekt... Boah, das... das wird irgendwie nix! Ja... Also, Delay ist natürlich dann relativ groß und äh... was vernünftig ist dann zu finden ist echt schwierig! So! Die Kops sind auf dem Fersen! Ach was! Ja! Könnt ihr vielleicht an der Schießer halten! Äh... Will er uns jetzt mal sagen, wo wir gehen müssen? Die Kops töten! So! Deswegen! Ja! Aber die anderen sind egal! Ja, ja! Das sind ja nur andere Banden-Mitglieder! Ja... Also von anderen Banden, die mitglieder! Wow! Knappes Ding! Die fahren noch ziemlich gut, wenn es erschossen ist! Ha! 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 Den Fahrer vom einen erschossen, dadurch das andere Fahrzeug gleich mitglopft wird! Nice! Verdammt! Wo denn? Ha! 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 Knappmh! Boah! Die halten aber auch was aus ey! Nö! Ziel auf den Kopf, weil sie jetzt jetzt! Errummischhaft! Hasser werden Hassen! Das gehört noch wenig! Ja... Alter! Okay! Okay. Ich hab das Gefühl wir sollen den Typen da einlegen. Nicht wegfahren. Die Kopf sind wieder entfernt. Ja, machst du dann fertig? Kriegst du? Ja. Okay. Oh, guck mal. X, X, X. Ja, da hat wohl jemand drei Kreuze gemacht. Ja, wir fahren Richtung Safeguard. Ach so. Stand da gerade auf dem Schild. Oh, okay. Wow, 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 wow. Wow, das ist wieder runtergekommen. Natürlich, alles das hochkommt fällt auch wieder runter. Hm. Nicht alles. Hä? Alter, wo kommt denn die Currywurst her? Was? Was zu? Was? Was zum Deutsch? Mit X-Name, verkehrt schon. Oh, wir sollten raus. Lassen Sie zum Bullenwagen nehmen, der ist vielleicht noch ganz gut. Oder auch nicht. Oder? Oh, oh, oh. Oh, verdammt, es ist warm, es ist warm, es ist warm, es ist warm. Warm, 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 warm. Nein, nein, ich fahre. Äh, kann das sein, dass das ein Zwei-Sitzer ist? Ja. Äh, ne, eigentlich das nicht. Aua, aua, aua. Alter, was ist denn das für ein Sniper? Das kann wohl nicht wahr sein. Wo? Ach, im Heli. Hügel im Visier gehabt. Das war für dich, Johnny. Ja, los hier. So, wir haben aber auch alle Deals erledigt. Wir brauchen jetzt nur noch ein Auto. Ja, toll. Hier hinten steht eins. Das ist vielleicht nicht unbedingt das Beste, aber... Oha. Der Tonicamikaze-Fahrer hier. Ups. Zimus! Was mit mir? Zimus, das ist wichtig, wo ist der eigentlich? Der ist da hinten. Warum? Der hat sich ein eigenes Fahrzeug hin. Einshaft? Ja. Und der wurde dann aber rausgezogen, liegt da jetzt. Wenn du sagst, er hat sich ein eigenes Fahrzeug geholt, dann denke ich, er ist unterwegs. Nein. Jetzt ist er drin. Du hast schon einen Leichenwagen nehmen sollen. Wohhh... Wohwohwohwohwohwohwohwoh... Oh Mann ey, die Karre ist... Was ist denn, was los? Der Wasabi, aber so scharf ist der eigentlich nicht, ne? Ja... Ach, Mann! Ach, du meinst, wie den Wasabi letztens. Fuck! Ich bin tot. Fuck. Oh, na geil! Ich hätte meinen Leichenwagen nehmen sollen. Wobei das ist auch nur ein Zwei-Sitze Eigentlich ein Zwei-Sitze und ein Liga